Die neuen Sessionmusiker in Logic Pro 11 werden kontrovers diskutiert. Der eine ist total begeistert und der andere meint, die KI-generierte Performance klingt ziemlich künstlich und ist eher was für einen Kindergarten. Tatsächlich klingen der Session Keyboarder, Bassist und Drummer in ihrer gemeinsamen Performance oftmals etwas wackelig und nicht wirklich tight. Das liegt meines Erachtens aber hauptsächlich daran, dass eine extrem effektive Funktion dieser Plugins viel zu wenig benutzt wird und die zeige ich dir jetzt. Wir hören uns mal diese Performance an. Das normale Vorgehen mit diesen Sessionmusikern ist jetzt, dass man sich, die meisten würden sich jetzt natürlich die Drums holen, den Drummer und würden sagen, okay, wir nehmen Funkrock. Dadurch, dass sich die Arrangement-Marke schon gesetzt hat, kommt jetzt auch die komplette Performance gleich hier mit. Also wenn du hier oben das Arrangement setzt, dann macht er das direkt und dann klingt das meistens auch schon mal gar nicht so, schlecht. Ja, das ist auch schon mal gar nicht schlecht. Dann können wir mal in den Refrain einfach reinhören. Ja, da könnte man jetzt sagen, ja, das klingt schon ganz gut, so ein kleines bisschen wackelig, aber es klingt schon ganz ordentlich. Holen wir uns noch den Bassisten mit dazu. Ja, also Session-Bass und ich nehme hier Disco-Slap. Ich hätte gerne einen geslappten Bass. Den packe ich jetzt auch noch gleich mit dazu rein. Und dann sagt man sich, okay, die folgen ja jetzt hier den Chord-Pattern, die ich hier eingezeichnet habe, ja, der Akkord-Spur. Und dann hört man mal jetzt rein. Ja, und da hörst du schon, das ist okay irgendwie so, aber es ist einfach nicht tight. Hey, das ist kein tightes, sattes Fundament. Und jetzt fangen viele an, da rumzuspielen. Sie fangen an, mit den Presets rumzuspielen. Sie fangen an, mit den rhythmischen Pattern rumzuspielen. Und das dauert oftmals ziemlich lange. Ja, da macht man ziemlich lange rum und hat dennoch nicht die Performance, die man eigentlich haben möchte. Und jetzt kommt diese Funktion ins Spiel, die ich einfach total wichtig finde und die viel zu wenig Beachtung findet. Die Rede ist von der manuellen Einstellung. Du kannst nämlich sowohl, oder du kannst alle Session-Musiker, kannst du per Pattern steuern. Mehr oder weniger. Ich erkläre dir gleich, wie es geht. Ich nehme jetzt mal meine Bass-Performance nochmal komplett raus. Was jetzt hier bei dieser Drum-Performance zunächst mal, was man hier sagen muss, ist, dass dieser Swing hier nicht eingestellt ist. Das müssen wir jetzt mal als erstes machen, denn die haben hier einen Swing-Feel und er spielt gerade. Okay, so weit, so gut, das ist noch relativ einfach. Ich gehe mal hier auf 60 Prozent und ich glaube, jetzt sollte es zunächst mal schon besser klingen. Sehr schön, unser Drummer swingt jetzt also. Damit aber noch nicht genug. Ich möchte irgendwie nicht, dass er so viele Zwischenschläge hier spielt, dass er so viele Sechzehntel spielt. Und bevor ich jetzt hier mit den Pattern rumfummel, bevor ich jetzt hier mit den Presets rumfummel, programmiere ich die Geschichte doch lieber einfach. Und zwar gehe ich jetzt hier auf Manuell und ich möchte jetzt hier meinen Drummer programmieren. Und zwar habe ich jetzt einen Drum-Groove hier im Kopf. Und jetzt kannst du hier, wenn du einen Takt eingibst, siehst du schon, dass du hier die Länge eingeben kannst. Ich mache jetzt also nur die Strophe zunächst mal. Die gebe ich jetzt ein. Und zwar gebe ich hier vier Takte ein. In dem vorherigen Video habe ich schon mal gesagt, dass es ein Problem gibt. Das ist offensichtlich ein Bug. Und zwar kann man das hier jetzt eigentlich kopieren. Wenn ich jetzt hier auf Kopieren gehe und dann hier in den nächsten Raste rübergehe und dann auf Einsetzen gehe, macht er es nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Vielleicht kann es mir einer von euch erklären. Er macht es nicht. Deswegen programmiere ich es jetzt einfach kurz so durch. Das ist auch nicht so tragisch, weil der Rhythmus, den ich jetzt hier eingebe, der ist nicht so super kompliziert. Wenn wir jetzt mal rein. Hörst also, es klingt schon ganz gut. Es klingt wesentlich besser jetzt, als wenn ich jetzt hier, und vor allem ist das Ergebnis viel schneller, als wenn ich jetzt hier rumgesucht hätte in den Presets und so weiter. Das heißt, diese Programmierfunktion, die kannst du viel genauer drauf eingehen. Was ganz wichtig ist, wenn du programmierst, das habe ich rausgefunden, ist, dass du in die Details gehst. Das ist bei jedem Instrument ein bisschen verschieden. Wir werden es gleich nachher beim Bass auch noch sehen. Ihr macht hier mal die Ghost Notes raus. Und ich mache auch die Breaks raus. Denn ich möchte jetzt hier in der ersten Strophe nicht, dass ihr mir hier das mit Breaks alles zuknallt. Sondern ich möchte, dass er wirklich sklavisch sozusagen meinen Groove spielt, den ich hier eingegeben habe und nichts anderes. Was mir auch noch nicht ganz so gut gefällt, ist dieses Hi-Hat-Pattern. Und jetzt, wenn ich jetzt hier schon mal den Grundgroove habe, jetzt können wir mal kurz durchprobieren. Wir haben nur vier Optionen, was uns besser gefällt. Das können wir jetzt machen. Und dann zum Beispiel Zeit. Ja, sehr, sehr schön ist hier der Offbeat. Der hat mir am besten gefahren. Das ist jetzt Part Nummer 2. Also hier diese Feineinstellung. Die Hi-Hat kann ich ja nicht programmieren. Aber immerhin habe ich vier Auswahlmöglichkeiten. Und das gefällt mir jetzt ganz gut. Machen wir jetzt mal weiter mit der Bridge. Auch hier mache ich es jetzt so, dass ich die Bridge zunächst mal komplett programmiere. Ich nehme auch hier wieder die Fills raus. Und drehe in diesem Fall aber die Ghost Notes. Die ich hier ganz runde gedreht habe bei der Strophe. Die drehe ich jetzt hier ein kleines bisschen hoch. Das heißt, ich möchte, dass er in der Strophe jetzt zumindest ein kleines bisschen mehr macht. Und hier im Mainfenster lasse ich ihn auch wieder die Offbeat spielen. Die Hi-Hat soll sich zunächst mal nicht verändern. Und hören wir mal rein, wie das Ganze jetzt hier in der Bridge klingt. Machen wir jetzt mal weiter mit dem Bass. Und da gehen wir ähnlich vor. Ich habe also Disco Slap gewählt. Zunächst mal, was jetzt wichtig ist, was ich bei allen mache, ist, dass ich hier im Swing bei dem Bass auch auf 65 Prozent gehe. Damit er tight kommt mit den Drums. Und beim Bass gehe ich jetzt genauso vor. Das heißt, ich mache es jetzt so, dass ich hier mit der Strophe anfange. Was man jetzt machen könnte zunächst mal ist, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte, dass du dem Drums folgst. Das ist so wie der Groove-Follow-Funktion, wie hieß es früher bei der... Also die gibt es immer noch, aber so ähnlich ist das jetzt. Ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte, dass du dem Smash-Kit hier folgst. Und dann hören wir mal rein, was dann passiert. Er sollte jetzt eigentlich dem Smash-Kit hier folgen. Und ich kann zum Beispiel jetzt noch in der Komplexität runter. Und dann probieren wir mal, ob das jetzt klappt, ob er wirklich diesem Kit jetzt hier so folgt. Also das ist jetzt schon ganz gut, er folgt dem Smash-Kit. Aber ich möchte jetzt wirklich ultra tight haben. Und er fummelt mir da einfach viel zu viel rum, der Bass. Und bevor ich da jetzt wieder irgendwie mit Komplexität und Intensität und so weit runter mache, programmiere ich den lieber auch gleich selber. Und hier habe ich jetzt nur eine Spur. Anders als bei den Drums, jetzt mit Bass-Drum und Snare-Drum, habe ich jetzt hier nur eine Spur. Und die kopiere ich jetzt einfach auch direkt drauf auf die Drums. Das heißt, ich möchte den gleichen Rhythmus jetzt hier haben. Genau. Was ich jetzt hier auch mache, ist, ich möchte, dadurch, dass es ein Bass, ein Slap-Bass ist, möchte ich gerne die Pick-Up-Hits hören. Also wenn er stoppt, ich schalte das gleich mal zu. Und ich möchte nicht, dass er hier gleitet erst mal. Das schalte ich ab. Weil das kommt nämlich teilweise auch zu Artefakten. Dann gleitet er da irgendwie rum. Und das ist nicht so, wie ich das eigentlich haben möchte. Das ist also so eine Best-Practice, wenn du programmierst, dass du bei den Drums zum Beispiel die Ghost-Notes abschaltest zunächst mal. Und hier beim Bass das Gleiten abschaltest. Teilweise auch Dead Noise. Das kommt jetzt ein bisschen auf die Produktion an. Bei dem Piano, wenn es dann zum Beispiel die Vorschlagsnoten, dass man die abschaltet, wenn du wirklich möchtest, dass das so genau wie möglich deiner Programmierung folgt. Hören wir es uns jetzt mal an. Ich möchte jetzt noch tighter haben. Das heißt, ich möchte nicht, dass er hier Melodien spielt. Ich zwinge ihn also noch weiter in meine Programmierung. Ich möchte auch, dass er keine Oktaven spielt hier. Jetzt wird er nur den Grundton spielen. Die Phrasierung ist ein bisschen kurz. Wir können ja auch mal auf Mittel gehen. Können wir noch probieren. Ich gehe auch hier die Fehlstärke komplett runter. Ich möchte, dass er wirklich sauber auf die Drums kommt. Und jetzt füllen wir es jetzt nochmal an. Ja, ist jetzt Geschmackssache. Ich mache es mal wieder kurz. Ich mache mal weiter mit der Bridge. Die programmiere ich auch kurz. Auch hier lasse ich ihm genau den Drums folgen. Also super tight ist jetzt natürlich immer Geschmackssache. Du kannst sagen, ich möchte den Bass jetzt mehr spielen lassen. Dann kannst du hier ihn natürlich auch, hopps, das war ich nicht. Kannst du ihn hier auch mehrere Töne spielen lassen. Dann spielt er jetzt hier mehr und so weiter. Aber hier geht es jetzt ja darum, dass wir eine super tighte Performance wollen. Jetzt hören wir uns auch an, wie tight ist eigentlich der Chorus. Das gefällt mir jetzt nicht so wirklich gut. Deswegen suche ich mir hier auch noch was anderes aus. Gut, ich habe hier im Prinzip alles gelassen. Ich habe mir hier nur ein anderes rhythmisches Pattern gewählt. Weil diese Oktaven hier, die er gerade gespielt hat, das ist mir auf die Nerven gegangen. Das ist einfach zu viel. Und ich mache es jetzt so. Ich habe jetzt einfach hier dieses rhythmische Pattern gewählt. Ansonsten habe ich nichts verändert. Ich habe nur die Phrasierung ein bisschen kürzer gemacht. Und dann klingt der Chorus so. Ja, und ich finde, dass sie hier im Chorus wirklich gut zusammenpassen. Da habe ich jetzt bei den Drums gar nichts verändert. Beim Bass habe ich nur ein bisschen was verändert. Das rhythmische Pattern, da passt es gut zusammen. Also zusammenfassend kann man einfach nochmal sagen, wenn es gut zusammenpasst, Sechser im Lotto ist gut, musst du nur Feineinstellungen vornehmen. Wenn du aber möchtest, und speziell das Tauberwort hier, ist glaube ich gerade bei Drums und bei Bass, Session, Drums, Session, Bass, dass du hier tatsächlich von dieser manuellen Programmierung, dass du hier bei Drums und Bass gebrauchst, mit einer ultra-tite Performance, wenn es denn vonnöten ist, machen kannst. Jetzt mal eine Frage an dich. Arbeitest du hier mit dieser manuellen Funktion? Oder was ist allgemein überhaupt deine Meinung zu den Session Musikern? Gefallen dir die gut? Gefallen dir die überhaupt nicht gut? Oder wie ist denn da so dein Stand der Dinge? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls du dir überlegst, Logic Pro zu kaufen, falls du neu bei Logic Pro bist oder von einer anderen DRW umgestiegen bist, dann möchte ich dir meine Logic Workflow Checkliste unbedingt ans Herz legen. Da gebe ich dir 10 weitere Tipps, wie du diese DRW, wie du Logic Pro 11 für dich individualisieren kannst und wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv beschleunigen kannst. Also 10 heiße Workflow Tipps. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir es runterladen. Falls du noch mehr Tutorials zum Logic Pro 11 Update sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Da werde ich jetzt auch noch viele weitere Videos reinpacken. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir die nächsten drei Wochen, glaube ich, noch viele Grüße aus dem heißen Asien, aus den Philippinen. Und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!